Es ist euer Video. Als ich vom Young Clip erfahren habe, war ich ganz froh, dass wir mit den Konfis und Jugendlichen unserer Gemeinde endlich mal was Multimediales machen können. Und da war ich ganz froh, dass dann der Pfarrer Lutz Neumeyer gekommen ist und wir haben schon mal ein paar kleine Proben gemacht. Der Workshop von dem Video Coach hat viel Spaß gemacht, da wir neue Erfahrungen gesammelt haben und auch mal was Neues gemacht haben. Dass wir viel improvisiert haben und nicht nur vom Text abgelesen haben. Also wir haben uns so viele Sachen vorher überlegt, aber haben wenige umgesetzt. Und das ganze Improvisieren sind auch viele Outtakes entstanden und es hat dann auch richtig Spaß gemacht. Was ich sehen am Tisch hat sehr lange gedauert, weil wir haben die ganze Zeit oft gelacht. Interessanterweise haben sich alle unsere Konfis für das Thema Umwelt interessiert. Also das Schneiden war nicht sehr anstrengend, man musste sich da erstmal ein bisschen reinarbeiten, aber dann irgendwann mal hat es geklappt und dann hat es auch Spaß gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017